Diese Übung dient der Mobilisation des Kniegelenkes bei Arthrose oder nach Operationen. Es kommt zu einem Auseinanderziehen der Gelenkflächen und damit zu einer Mobilisation der Gelenkkapsel und besseren Verteilung der Gelenkschmiere. Dazu sitzen Sie auf einer stabilen Unterlage. Das zu beübende Bein hängt frei, die Füße berühren nicht den Boden. Das herabhängende Bein ohne Muskelanspannung langsam vor- und zurückpendeln lassen. Die Hände umfassen dabei den Oberschenkel oberhalb des Kniegelenkes und führen begleitend zum Pendeln rhythmischen Zug aus. Dadurch wird das Gewebe oberhalb des Knies mobilisiert. Um den Effekt zu verstärken, können Sie auch ein Gewicht am Sprunggelenk anbringen.